Hallo zusammen, heute zeige ich euch den Unterschied zwischen einem Brushless und einem Brushed Motor, einem sogenannten Kohlenbürsten-Motor oder einem Kohlenbürsten-Losen-Motor. Der erste grosse Unterschied, der euch eventuell im Portemonnaie wehtut, ist der, dass sich bei einem Kohlenbürsten-Motor die Kohlenbürste abnutzt. Sprich, wenn ihr den neu kaufen, dann kauft ihr ihn eigentlich schon mit Ablaufdatum. Bei einem Brushless-Motor passiert das grundsätzlich nicht. Ihr dreht zwei berührungslose Magnetfelder gegeneinander. Ein grosser Vorteil bei einem Brushed Motor ist sein Preis und seine Verbreitung. Der kostet einen Bruchteil von dem, was ein Brushless-Motor kostet. Ihr findet diese Art von Motor in all euren Alltagsgegenständen, in denen sich irgendetwas bewegt. Sei das in einer Bohrmaschine, in einem Staubsauger oder in eurem Haarföhn. Effektiv eigentlich überall, wo noch irgendwelche Bewegungen drauf haben. Die gibt es natürlich auch in ganz vielen verschiedenen Grössen. Ich habe jetzt hier als Beispiel zwei kleine Drohnen. Einmal habt ihr die in Brushless-Ausführung und einmal in sogenannten Brushed-Ausführung. In allen Farben, Formen und natürlich auch Preisklassen. Ja, nein, wir brauchen da irgendeinen Abschluss. Weißt du, im Video am Schluss und Abblendung sagst du so ein bisschen zu lustig, so ein bisschen Hey, immer noch da. Hat es dir gefallen? Hat es dir gefallen? Dann schau da, meine Videos. Also ich wäre immer noch für den Thurgau. Wir sind da nämlich im Thurgau-Land. Selbstverständlich. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt erwähnen. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt erwähnen. Okay. Das war's. Vielen Dank.